weg die schilder ich hab es weg da war da vorne hinter der feierlich und weil es stimmt hier irgendwo einer schwimmen er muss ja gleich da rauskommen wenn überhaupt ich freue mich vorne ist ein lagerfeuer hier vorne sind welche wir können rand des bergs aber in den busch gehen junge und schon zu einer da war nicht weiter da unter uns direkt unter uns schießt auf die vorderwand Der Busch getötet, Junge, was ist das? Der regt mich auf, ich mach mich weg. Hinten uns kommen welche vor. Die Törtlinge gehen grad runter, die sind unter uns. Ich wollte gehäbi jetzt. Was soll man dagegen machen? Das ist auch gut. Die Törtlinge gehen. Die Törtlinge gehen. Die Törtlinge gehen. Achtung, ich mach mal kurz hier auf. Der nächste ist gesund. Ich stehe weg. Oh! Ah, hinter dir wurde aufgeschossen. Da? Von da unten wurde auf uns geschossen. Der wurde unter dir aufgeschossen, hier. Oh, wieso brauchst du den Turtle Master zu? Die werden komplett gefokust da. Unter uns? Da war. Habt 22. 22. Nock. Alle sind halt grad auf den gegangen. Ich weiß natürlich nicht von allen. Ne, ich hatte verdient. Da unten. Bei N. Bei N. Bei N. Oh mein Gott. Wir haben so und lass 1 hoch oder 2 hoch. Hier war ich Highcrank. Gliess. Vorne wird gelootet. Die das wollen auch auf den einen da. Wir haben ein bisschen so lagert. Und wir haben übelst High. Okay. Fett welche. Fett welche. Fett welche. Fett den Laser. Die kommt. Wobb ist einer nämlich Highcrank. Der unten bei N. 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 Woh, hier kommen welche. Go über dir. Woh. Wollt ihr einfach aufpassen. Wollt ihr einfach runter gegangen. Wollt ihr so high behalten können? Nein, eben nicht. Kommt einer, wo wir uns verstopfen werden. Ich hab komm noch mehr, jetzt merke ich vor. 100. Der wurde runter geschnitten. Komm her. Wow, ich hab ne gute Position. Eine gute Position. Ich kann der einfach gar nicht weg. Ich lass das fake High ist. Mein Gott. Wow, du tägst das nicht High. Bleib mir unten. Der war ein Double ATV. Wir gehen auf mich in die Double ATV, Leute. Bin bei dir. Hast du noch mehr? Ich hab 138. Danke. Danke. Oh, da, ich hab mal da auf. Da und, und, und. Da, 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 da. Wacht auf, mach auf, da, hilt. Da wird's aus. Ach so. der sohn ist die ich bin ein Problem das ist immer 10 points gemacht er trotz der wachschweißen wird dass die sie gewinnen können werden müssen ich konnte das war in der ich habe den Wert der Geier ich habe nicht gedacht dass wir noch sind und zwei und die Schreie erlte Kündigungen so nicht aufgelaufen wenn die Mappel Zinsen geworfen ein Lüger und was macht uns ausgeschrieben und mit dem Begriff der Begründung der Pläne da haben wir bis zu Ende er hat er gewartet bei den Berliner Klub hätten es so gewartet haben wir nicht aufgenommen mit dem Sieg und und ich finde er an der Welt in der Teilhabe so kann sein muss man schon sagen wenn ich traue und früher durch einsteigen ich habe gesagt ich habe mich an das ist genau bis zum Beispiel wenn es kein schweiß hat ich gehe gar nicht nur nein da sind wo er will er da hat nur markiert hast auf unsere Dinge auf unseren Main-Spot auf unseren Main-Spot Du kannst nicht so auf unseren alten Main-Spot da oben Ja, oder? Ja, das ist gut, das ist los auf den kann ja selber aus, dann soll er leben Ja Was ist jetzt Lama? Wenn du willst, kannst du zu der Lama gehen und padden sonst kommt keiner mit Wir gehen alle nur Loppi Das Loppi sehe ich auch doch Okay, ich geh für Lama Okay, mal Das ist jetzt noch ein Lama Hol dich einfach so viel Lamas, wie das geht Oh, dann mal hier mal da rüber padden Ja, mach mal Dann lauf zu mir Und dann soll ich dann gehen Oh Ich werde anderes kurz zum anderen Lama und dann komme ich In ein Pad bekommen Ich habe nicht immer Ich habe Pferd bekommen, ja Ich habe Pferd bekommen Ich habe Pferd bekommen Ich habe Pferd bekommen Hier ist Loppi So, wir legen nochmal Holstein mit Halt Ich kann halt nicht mehr zum anderen mitnehmen Gar nichts Egal Kommst Loppi, kommst Loppi Ich komm erstmal Minz Ich kann nicht spüren, dass hier noch ein anderes Lama ist Oh, wo ist die Frage Komm her Komm her Oh, der Borkest one Ich habe im Netz Ich habe Schüsse Ich habe Schüsse Die Borde Ich würde Slurpi, als ob das hier kein Schüsse wäre Ah, jetzt haben wir wieder Zone, Digga Das ist glaube ich ganz gut So gut, dass man alle Mails fallen hat am Anfang Alle Mails einfach Mein Mini, er fliegt Ach, ich verstehe Ich bin heraus Aber, die sind da gelandet, wo wir waren Keine 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 10, 1 Denn mehr Meter, als die Wir können auf Bauw January gehen Moment ... Worte, 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 Worte Ich bin nicht erstmal mal aber kein Schott kann und sind und dort zu beherrten über die Pante da ist hier unten und ich hab ich hab ich hab mich eigentlich nicht mehr einstieg weil es ja mit einem Zeit und er ist da noch eine Pumpe die waren irgendwie anders los dann aus der sind mich getroffen hat hast du noch Biggie? es ist nicht aufgehend sollen direkt also gerade im zweiten das hat gespielt ich habe nicht gesehen ich bin ich wollte einfach kurz älter reingucken an der ecke werden wir alles in den städtischen abwürdigsten er war direkt da wo steht er ist kein Geld zu letzten Enden also nur ein woanders so kommt das ist das Problem ist alles mit Males also von Moni nur vom niveau habe ich komme hier kommen noch ein lahm wie das war cool noch ein lahm will er zwei lassen glaub ich doch irgendwo noch ein drittes ist aber wo ich die andere von schluck online zum anfang muss man schon muss man suchen wo es war Skullung das war schon möchte ich eigentlich nur wo es ja nichts anderes Stattdien und alles wird gelungen lassen Stor das ist ein wo ist ein bisschen aber doch da vorne so war frei hat die küste nur vor groß und ganz gehen müssen wie komisch aber wenn ich aber immer nicht so was auch ein ganzes jahren wenn ich was sozieren will wie das heute nicht also wenn sie um ich habe ja auch ein Spotschritt wo sie ließen so zweifelter Kollege mein Kollege wie geht es so oder ich habe mich hat er sich den Fall das neue Kollege kann ich noch weiter helfen will er ist du bekommst du den navi bot ich sage es heute wieso war ich eigentlich getan wirst du dir haben einstürzt damit haben so aufstehen was das spiel so aufstehen stil und alle werden hat die Erlöschbos das ist dabei Pazio noch ein Bild hier kann ich mit dem Arve Maria ich hab schon eine ich hab schon eine ooo ich hab schon einen ich hab auch ein blauer Sturm äh blau Pumpgarten ey du hey kann man nicht liegen lassen und kommt und ich noch nicht egal warum gehen wir drauf vor der Zeit dann sind es für die nächste Appel an wenn man es gab es nicht von den Namen vor Ort hat er sein und ein Jahr die Hanna kommoliv jaja die nicht aber wie möglich wenn du mir und so und ich hab für genug hier ich kann nicht zwei Wochen ein Bild das ist nicht anders als er sich an die Anstieg an ihn es wo ich sie aber stehen bleiben im Konflikt Hetschel wir sehen bei mir 22 wo schießt er hat er nicht gesehen habe ein headshot von mir bekommen habe ihn eingebaut für finish habe ich habe das spaß ich habe das go ich habe das go doch um dort liegen ich will so schön warte es ist mein Name bloß ich muss kurz sein mp mitnehmen wo war es nicht nur für sich einfach nehmen wir hier vorne er macht den den er macht das jungen macht das nicht an ich kann ja mal nicht gar nicht behalten ich kann nicht weil ich habe in den mp mit und schweißer und p wo war die in beiden die wir hier rechts gott der baldige mann da herrn ich habe einen herz hat keiner das kommentar lesen nein im mp luca sagt mp aber nicht blau mp da ich nicht kann wo sie kann er zu gestern mp weil leise mädchen mädchen ab jetzt mädchen alles war ja gar nichts denken weniger zu übernehmen ich war doch schütteln ich werde nichts machen der Kette schreibe aber die eine Ende nicht einfach ab in der Treppe haben wir noch mal trotzdem noch ein Leben das er war anders dass wir leben die andere einatmen hat man die Gäste hat niemand Bock so dass sie doch noch nicht mehr die haste so hoch geworden am Anfang ja und ich bin perfekt ist lange kommt perfekt perfekt ich weiß nämlich sonst visualisieren auswanderer ich habe es aber ich bin du siehst halt die gegner früher und du siehst du nicht markiert du hörst du hast keine steps ich bin im bord ich bin im bord er muss so hochlaufen wenn du es nicht los witzig rastisch aus ich bin der autosprint angemacht ich es macht das passiert wenn ich auch zu springen wo ich auch 50 mal drücken wird das strengt auch wirklich vor dem die mit hat die Aumann kann man sagen so mehr und der er hat von den Akkunden er ist aufs Haus dauern Tauern ist sie eine Tauern zweiter und zweiter so was getrunken hast du was getrunken was Liga hat ein alter Konzern der Kassenstelle wieso das schreit nicht so ich bin dann nur ganz weiß wo wir sind welche es fliegen hinter uns welche im haus sind welche pass auf was redest du hier ist keiner hörst steps ich hab grad steps gehört ja ich hab grad im steps gehört dann gehen wir hoch und wir dauern auf dem haus ich hab kein Bock hier rein zu gehen zu sterben ich will auf alles aber kurz selbst ja 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 ich ja auch welche ich sehe auch welche es liegt einer von hier ein soli vorne kommen wir auch kümmern müssen runter zu es macht gar nicht es gibt keine ich kann werden gleich so gedubbelt das ist natürlich wenn wir jetzt hier drin sind aber eins unter uns sind wir eins unter uns also das war auf dem weg doch immer weg doch wir sind da drin wo wir da reingehen machen wir da oben auf wir sind da drunter die sind zu bewegen schießt noch mal auf die da sind die noch einen boden weg wo wir bauen die ja nicht ich glaube dass dahinter einer wand geh nicht rein wir sind zwei und die kämen hallo jungs wird immer bauen die sind dahinter pass auf wo da muss ich gleich raus schieben 3 2 1 die 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 noch eine Achtung andere die ich hatte ja ich kann nicht zu machen wo wir haben jetzt gelesen aber ich hätte es noch kein sinn dass er noch so viel leben hat wie bisher in dem einen gestorben hat mich komplett gelesen du hast ja einen so gemacht ihr und verkackst sogar nach an dem nein das jünger und gemacht den anderen natürlich wo nein ich habe schon gemacht in du der dich hat er mich gerade geholt hat ich wollte kommen einen der bei mir der Klinik Korn und er hat die U.N. Wand zu halten wenn er aufmacht schließen ja Lüft aber nicht los 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 so wie es ist mein lust war es einfach nur lust war noch lust als lust los die boy die los die wohl so dass du so ein los die bäubel ist das ding ist ich dachte ich habe zugemacht habe ich aber nicht hatte die manchen natürlich keine Wand einfach lust wenn sie besser einmal die Grotte gehen doch heute will die Minigun ist ein Minigun ich in Lama von Niederschuhn Pechner ich war sie sehen ich glaube ich schon Lama, Lama, Lama. Sollen wir den Groto geben? Der Groto, ja okay, lass die Groto. Für die Groto bin ich dabei. Für die Groto. Wir haben mal die Groto, sag ich nicht die Groto. Ich hab mich der Groto ausgesprochen, nicht die Groto. Ich hab von den Kostkregen. Du gehst da oben drauf, weil wenn du ne Wache willst, dann sprichst du der Groto. Nein, da lang nicht besprochen. Ich bin schon schon nicht dafür. Ja, ich bin zu tief vor. Wenn man plötzlich den Aquatrick nicht. Und sie kennen ihn. Ich kenne den Aquatrick, wo er landet da oben, springen die Mülltonne und ist drin. Der fährt weg, oh mein Gott. Das hat gerade der verkackt. Der macht nicht, der macht nicht, der macht nicht, der macht nicht, der macht nicht. Der macht nicht. Er shootet ihn da. Er shootet ihn da. Bitte runter. Du kommst falsch, ich sterbe, ich sterbe, nein, ich sterbe, ich sterbe trotzdem. Komm mal in der AP an, oh, ich fahrt gerade so gelasert von rein. Familie. Und die legen noch an, ey. Warte, fuck, die legen noch an, ey. Warte, geht das? Von dem Bot, ja. Ich hab keine Waffen, oh. Hier sind überall Bots. Fünf APA, ich hab jetzt schon ab. Bots und Brutus. Wie viel denn da ist der Bot? Mein Gott. Da oben muss ein Bot. Go. Ich bin der Chef. Scheiße, was ist mein Sport? Oh mein Gott. Oh mein Backe. Ich logge ein von Deutsch. Ich seh halt ein Bot, äh, sobald. Hört sich wohl unbedingt ne Waffen pro. Ich seh da einen. Dahinter den Ding. Lärst mal nicht schießen. Irgend Bot aimt auf mich. Warum sagt dir denn, dass ich da bin? Oh mein Gott, Gott hat's geweckt. Das war auch ein Bot, hä? Das ist echt. Der Bot ist zu einem, keiner, du. Er aimt auf mich. Bot dead. Aufgang. Wann hat's die Mini-Gang zu? Ich steck mich in dein Box. Ich zieh den Punkt, da leer. Brutus on me, Brutus. Ich bin dead, bro. Brutus. Ich hab Brutus. Brutus. Warum denn? Wow, ich hab von woanders gelagert. Wow, bitte, komm her. Ich hab keine Hunde drauf. Er läuft unten. Brutus hab ich gelaggt. Oh, du musst Brutus holen. Oder denn, muss ich Leute holen. Warte mal, ich bleib hier in den Spot. Nein, Brutus muss drauf. Macht keinen Sinn. Nein. Ich seh schon, da kam ich doch. Dogshit. Vor allem Brutus haben die, guck mal da oben. Da oben liegt Brutus Mini-Gang alles. Sind die da noch? Die sind über dir. Ich weiß. Ich kann da ja nicht hin und was ist denn? Nein. Du kannst halt auch als Bot-Funk laufen. Oh, da läuft kein Bot. Ein Bot läuft anders. Egal. Du musst ja draußen meine Karte und die holen. Da oben liegt ne Pump. Weißt du, dass du mich ein bisschen triggert? Geh zu meiner Karte. Oh, da muss ich die Mini-Gang holen. Oh mein, was? Nee, nicht mehr irgendwo. Beginnt's auf Save. Wow, die Cup kann man wieder wegwerfen. Das ist doch shit. Doch, Digga, wir haben fünf Runden gezockt. Vier, fünf, vier. Ja, trotzdem doch shit. Oh Gott. Ja, Digga, wieso? Genau dann, wenn ich gehe, musst du irgendwie von hinten sechs mal hinten. Katze, sei leise bitte. Danke. Ich will auf alles machen, uns in den Cup weiterzuspielen. Ich will ein bisschen Mittwochcup spielen, weil das geil der Abend ist. Der ist morgen Abend der Mittwochcup. Du, heute ist Dienstag und ist Mittwoch. Du weißt, dass du das... Morgen bekommst du eine Schülaufgaben von der Schule. Habe ich gar keinen Bock drauf. Ich will auf alles machen. einfach mal 17 61 points nach zwei runden hier noch maximal auf da bin ich ja die am 38 kills einruhen und 16 mit der Polen durchflächen. So, ein eingeschrittenes Text. Ich glaube, ich sehe Lama. Wo? Wo ist denn das? Wo ist denn die Leiter? Ich glaube nicht. Wo kam es denn? Ja, komm ich nicht? Mischung, PNP-P feiner hier ich würde auslöpfen gehen ich hab da tut wohl nicht erst in Kilo wo ist er denn dann hey ja wo der Bischof der muss hier doch sein er ist weggegangen ich hab mir auch bekommen du teck wieder auch macht bock ich bin krank Corona die Rheinburg das läuft doch ist weg ich sag doch da war der war gerade er war gerade vor ich sehe ihn ja heute bei dir bei unter dir unter dir rechts links links hinter dir keine Ahnung wo du schießt ich sehe ihn vater nicht schießen bleib, 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 ich sehe ihn übernimmt er hat halt Schild, ne, ich nicht mein Gott komm bitte rund warte ich kenne mich kurz ein Mini ich hab auch kein Appell er macht die Save wieder früh er macht die Save wieder früh ich gehe ihn runter wait kurz, wow schulden Nagels, komm runter du contestest ihn du contestest ihn nur die wir ja, aber schon er hat er er holt Nein, nein Nein, Dicker Scheiße, ich war so Benji Fisch hier mit einer Erweiterung Ich bin einfach nicht kaputt ich bin jetzt eben gecreated oder so. Ich mach irgendwie Dings rein. Machen wir ein paar One-Wans oder so. Wow! Ich dachte vorhin keinen Cup weiterspielen. Beide ich höre dich nicht. Äh. Äh. Genau, machen wir da ein Kreativ. Okay. Sollen wir RG suchen? Hm. Lass uns kurz einspielen. Bro, du bist noch nicht eingespielt. Schau mal. Wolltest du jetzt schon eine AG machen? Ja, warum nicht? Okay, wait. Mach nicht bereit. Ach, wir sind drin. Schade. Puh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Mach irgendwas rein. Elias hat mich eingeladen. ... ... ... ... Oh meinst du zuh, du zuh. Das ist einer B, ne? Okay, gleich noch ein Logo, Alter. Ein Appel hier, das ist wirklich. Oh, machst du so viel Appel hier? Das ist ja mit Fischern und der Mini. Weitere kurz, kurz. Meine Tür hat jetzt in Klinik. Meine Tür hat jetzt in Klinik. Oh mein Gott, das hat nicht funktioniert. Wollte ich runter, ey. Das hat nicht geklärt. Ich dachte, du bist raus, oder was endet, ey. Das ist schon mit der Pampada. Ah, einfach da. Ähm. Wahrscheinlich. 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 Wahrscheinlich, das ist deine Crew. Los, los. Ich wollte eine Treppe bohren, Liga. Was war deine Mission? Das ist ja mit Worm. Dann fängst du wieder auf dein Schulter. Das ist jetzt. Du bist die One Shot wieder gewesen. Ich hatte irgendwas, was ich den Tutten durchfed. Pugs 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 Oh mein Das war der beste Fug-Shot der Welt, was ich nicht getroffen habe der 70er wird so verarschen erholt mich wirklich ich noch zu können die mbh Ah ja! Wo bist du? Oh Gott! Was ist das? Mann! Der 1-Pup war schön. Der hat den Xbox-Controller. Was ist denn? Ja, Bro, ich muss äh, essen. Guck, dass... Ja! So, okay. Bäh! Egal, ich tu das, Mann! Ich muss nicht sein, falsch! Ich muss nicht hier! Das ist ein One-Shot! Guck! Boah, was musst du denn essen? Wie sag ich, du musst was essen, Alter? Egal, Fuku. Keine Ahnung, was da drin ist, oder? Ich bin sauer, aber... Der ist wirklich da hinten! Ich kann das schieben! Oh mein... Das ist der Esel! Laser! Langsam komm ich ins Game rein, muss ich sagen. Langsam! Aber sicher! Ich muss kurz aufkommen. Also, ich bin gerade auf. Laser, laser! Wo wollen wir mal bei Elias mitmachen? Nein, nee! Bestimmt mit Niki! Nee! Keine Ahnung, was die machen! Great of! One-Pump! One-Pump! Ich werde von One-Pump, TV! Let's go! One-Pump! Easy! Ja, fertig! Fuck! Ey, ich hab' fertig! Ey, ich hab' fertige Fingern! Boah! Du musst es jetzt mit einem Rüte essen, wie du Kacke, oder was? Naja! Warum? Weil ich mich vor einer Stunde dahingestellt habe, ich hab' nicht gegessen. Das ist einfach mal ein Kopf, damit ich bin! Na, noch völlig unten! Alle so ziemlich hilft, dann easy flat! Oh mein Gott! Boah! Du bist so dead! Huch! Strahl, ich hab' viel! Ich muss ja sagen, ich hab' deine Spitzecke, äh, die Spitzecke echt scheiße! Ich feiere dich! Na, irgendwie! Nein, One-Pump! 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 Mach' gerne eine Tour! Das war aber keine One-Pump! Ich hab' noch keinen One-Pump! Ich hab' noch keinen One-Pump! Eine Minute, was zu essen! Was ist? Was ist? Ich geh' das ein! Einfach, ne? Einfach, kurz alles in Ruhe! Das war eigentlich voll ekelhaft! Okay, wow! Oh! Ich kenn' das, das ist ein Spiegel, aber gleichzeitig noch übelst sauer! Das ist das Scheiße! Ich geh' nicht zu! Oh mein Gott! Oh Gott! Ich hab' noch mal aufgemacht, wenn ich richtig gern hin da geh'n! Deins! Ich hab' noch mal aufgemacht, ich hab' noch mal aufgemacht! Oh mein Gott! 2 AP! Laser, laser! Warum hast du eigentlich anonyme? Ey, Laser darf ich bloßen. Keine Ahnung. Hab ich anonymen drin? Ja. Ein Panzer! Puh! Nein! Du hast den Trick erkannt. Wo ist das deins? Ich will nicht zu! Ah! Laser! Laser! Oh, ich will komm jeder. Oh, er bleibt doch stehen. Ich weiß, wer kommt hier? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er lasert mich. Oder in mir steht, wo er steht in mir und ledert mich so nicht sehe ich ihn nicht. Nein, 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 deine ... Deine ... Deine ... Deine ... Deine ... Deine ... Dingsda ... Deine Fähigkeit ist aber nur durchlaufen oder? da ist das einfach in schießt bist du cool und da ist das auch nicht scheiße 100 das ist gar kein Hengi hey Junge, Alter mit dem Maul, okay, bitte 2 Nose I hate you, bro oh, 40 20 AP, schmeckt es mit 20 AP 30 30 Wie können wir jetzt den Kampf spielen? Nein Dann nerv ich dich, das machst du Dann müde ich dich einfach Nein, don't do it This is mobbing Mobbing Okay, mach ich das Ich will grad sagen, ich mach das, was du machst, aber nee, Dinger Rata 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 Bisschen erhöhen Die muss kosten bei den Sensi Rata Auf 51 und 48 Halt mal nicht killen Nicht reinhaben Hab hier jetzt auch gemacht 48, 51 50 Wunder, dass hier der Kampfschuss drin ist Oh What the fuck! Wirklich eine AP Halt mal nicht Wo ist der eins ne? Oh, ne, dann Wunder Oh, ich hab' geschossen Ding Guck schon, da ist mir gefallen, weil ich ausgerastet bin Kurz heran, da habe ich ihn grabelt die Wärme es nicht okay. Dann können wir nur noch zurück. Warte! Wo ich komme jetzt zu dir, pass auf! BOO! Ich geh raus! Ich geh raus! Nein! Ich bin draußen! Nein! Doch! Nein! Oh! Ja, ich stehe doch nirgends mal da. Nein. Ja. Es kommt neben mir. Wieso ist es neben mir da? Warte, ich kenne das nicht. Ich kenne das nicht. Warte, dass du runterfällst. Und da. Ja. Geil. Warte, du bing bing. Ah. Warte, du bing. Das geht, ich will nicht. Wenn man noch einmal. Einmal diese fünf Runden. Oder wie vieles sind. Wir sehen uns in der Sport. Was ist es? Finde. Bist du... Ich komme raus. Nein. Doch. Nein. Guck doch, siehst du mich? Ja. Wo? Ja, lass mich gerade. Hey, wo bist du? Hey, wo bist du? Ah, da hinten! Boah, er trifft mich. Er kippt einem drauf. Er kippt einem drauf. Ey, soll ich bei Elias join? Nein, mein Mann ist in den Cup. Nein. Doch. Nein? Wir gehen jetzt double. Double, Yuki. Wir haben nach 5 Runden 18 Point zockt und selbst nicht in den Cup weiter. Nach 4 Runden 18 Point. 5 Runden throw ich hier bei Elias und ich lass dich ein. Da ist eine Sache. Ja. 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 Na da. Ja. Na da. es ist einfach geschafft aber so fucking lucky dicker ich war so heute versuchte wirklich hey es gab es geht nicht mehr so einen abfalleimer weißt du das eigentlich du bist so lucky das kommt ich wenn ich jetzt noch gewinnt gar nicht ich hab die wunderschöne schade 2 Millionen Euro das war groß Benni ich mach das immer nur kurz in der Welt du musst mal diesen machen wenn ich in einem cup eine runde gewinne okay dann musst du mir einen pc holen ich hab gestern auch einen cup eine runde gewonnen ich meine halt im solo gegen du lieber ist dieser test ich habe immer heute ist keiner mehr hat einer nach deiner meinung ganz genau wenn wir können heute den cup spielen welchen das hat wir eingeladen solchen einladen davon wenn ich ja ich den doch es ist noch 23 Uhr ach die leute aus dem venti klaren kann einem von meiner meinung alle gehen haltet ihr bei der maul sonst kriegt alle aus morgens nur weil du dich da doch mal habe ich auch warte wer wer ist es ich bin es war sie ich habe einen neuen sky w du gehst da rein wie obwohl es dein ding ist deine wurst wieder nach aus einem anderen schluss ich möchte nicht einfach besser ist es war einfach aber ich habe gesagt macht keine klaren scheinbar ich mache mal trocken und klar nein ich auch schon noch nach dem trocken und wir haben überlegt ich habe ich ja Felix in dem Klang von mir ist das schon was ist denn hier? Jackie, Finn, Holy auch in dem Klang Jesus Holy ist doch da drin Aber ihr seid alle Pisser Ich versteh warum Holy Holy ist, aber Ich darf nicht alle Pissen Ich weiß nicht warum Holy ist Ich darf nicht alle beleidigen weil niemand mehr in uns bei Exotic nicht mehr existiert Akkasi, du bist der Schloch, du bist die Spinner, du bist ein grüner Krochlein Du bist super und du bist auch für die große Krochlein Denkst du? Ach Junge Du darfst beleidigen? Nein, und jetzt darfst du? Doch, nee, ich dürfte keinen Exotic Bämmer beleidigen Eli, du hast mich da? Ja, ich habe auch schon immer von Omega Ich fühl das zu sehr und er ist ja da Bämmer! Was? Bämmer! Denkst du nicht! Was bin ich? Warte mal! Warte mal! Hey Liya, man darf doch keine andere Exotic Bämmer beleidigen Exotic gibt es nicht mehr, deswegen darf ich auch alle ableidigen Warum gibt es Exotic nicht mehr? nur eine geläftet ist ich habe nicht einmal geschossen der klar hat sich aufgelöst weil der leader holy ist geläftet weil er keinen bock auf stress hat im clan aber das müsste er irgendwie mitgehen wenn er so viele member hat und streiten dann ist einer noch mal geläftet dann wurde und dann sind halt alle geläftet das soll ja so ich mache ich mal die anstufe und leider nicht bleiben er hat quasi aber passt aber der heißt jetzt hier also leute also leute alle auch für akkwesen bitte ihr hättet leise machen nein oh mein gott ich hatte 16 falsch und ich hatte 16 ich hab nie ich hab nicht weggefressen ich hab nicht weggefressen nicht, hör damit auf ich will irgendwas abholen ich frage nix das gibt n ich darf nicht mehr da bin ich jetzt ich bin doch weg, alter ich bin doch weg, alter okay, anders ist's rum okay alle hättet gleich wir machen auch f**k, wir sie komm los, das ist jetzt so so, direkt aus der Gruppe ging ich hab gesagt, er sei aufhänderidiot und so das war nicht mal laut also trotzdem f**k nicht ab, alter der hättet dann hier halt das war nur laut wo, wer ist denn da oben? äh, handy oder hättet 38% mein Ohr sind gerade fast rausgefallen ist so linex, alter dieser hässliches Kind ist so linex ach, sehr ruhig der ist besser als du der ist so Felix, du bist so ein Toxic-Kind, alter hä? oh, es kommt noch runter, alter warum bin ich echt fest? nein, ich hab ihn eingeladen er macht mich laut, aber ach, wow ja, doch, dieser Player doch, der dogschutz doch, der dogschutz nur ein Schwinges Top-Challenges sind da, Leute sind alle bad braucht keiner, da gibt man eh nichts von können wir nicht einfach aus Spaß spielen? und warum müssen wir eigentlich jeden hier beleidigen? das fühl ich halt gerade gar nicht weil Felix gestern Toxic war scheiß Maul ist halt ich beleidige jetzt jeden Bro, was lade ist das für eine Maul? äh du 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 weißt doch was wir machen ouch keine Ahnung halt einfach die Maul du tust doch immer lass das zu sein ich lass den Maul ich tu dir nichts gerade ich werde immer noch irgendwas zu geben weißt du, Felix ist so'n Nichtscanner guck, was für Nichtscanner du redest wieder, dass ich dir irgendwas getan hab, alter schäle ich ich tu's doch gar nicht es ist ja so ich sehe grad ein Video, kein Elix Delay mehr, plus 100 FPS mehr und besser als ein Ping und besser als ein Ping und besser als ein Ping ich soll ja recht hier nehmen Zack Benni, Junge hast du das Schreiben? was hast du denn für nen Skin? oh, das ist ein Anderer Benni, meine ich ne ich habe zwei Benni da quasi heißt Benni also einmal, einmal der Benni Brault und einmal an der Ecke ich glaube ich muss den Namen ändern einmal der schlechte Benni, einmal der gute Benni verzei ich nicht mehr Benni ey Jungs, Jungs, heißt der Benni oder Benjamin? Benni, Benni haben wir keine Ahnung da quasi, sag wann du heißen bleiben ich muss schon den Namen ändern geht das? ich würde auch nicht mit so nem Namen den gleichen, mit so nem Spaß den gleichen Namen hallo, mein Name ist der legendenname ich würde doch mal nacken ich hab' die ja, aber du hast ihn noch ganz beleidigt die Worte ich darf alle beleidigen kein ist im Plan wenn der Plan, der ja, du hast gesagt, hat doch auch zu beleidigen ja, das hat doch auch zu beleidigen zu beleidigen aber du hast an dir gesagt nein, zu, also alles Digger, hat doch auf die Streit das fick ich eure Mütter was ich auch so schon tue so nicht ich bin nicht im exonik ich bin ich bin der andere bin ich kann ihn nicht einfach weg im glück war ich was man sie dazu sagen dass fast alle aus deinem klar ich bin runtergefallen quasi einzige frage an dich wieso heißt wenn die ist okay das reicht schon wieder danke es ist herrlich wie es jetzt wir heute in dem plan ist auch ich will wissen warum er antwortet mit der frage warum heißt eventi weil ja warum heißt es geil was ist das für eine frage bei diesen namen haben die glaube ich nicht laut weil so heißt dann könnte ich sagen also sei ein bisschen wenn ich ich habe einfach einfach gar nicht ich habe nichts dazu geschrieben dass ich kein Ja, aber ich nicht, ich hab auch nicht geschrieben, was laberst du? Er sagt so, alle haben geschrieben, ich hab nicht gesagt, dass ich wirklich in den Clan gehe. Wow, ich möchte wissen. So, Adwa, Felix, was versuchst du, Digga? Du bist one step, Felix, was versuchst du, Digga? Er antworte darauf einfach gar nicht. Oh, irgendwie hab ich das Gefühl, dass die wirklich den Namen geklaut haben. Er antwortet halt nicht mal auf den Clan. Ja, die antwortet nicht, aber natürlich haben sie den geklaut. Wusstest du das, was ich sag? Oh, nein. Einfach anzeigen. Die Clan könnte direkt erschließen, Digga. Einmal Namen klauen vom Spieler. Als Clan-Namen nehmen. Nur ein Ewa gemacht. Nur ein einziges Ewa gemacht. Man kann das nur mit einer Nvidia-Kraft machen. Was? Ey, was? Wo sag ich? Ich mach ihn ja da. Ich hab Nvidia. Ja, ich schick dir, ich schick dir kurz das Video dazu, okay? Ich hab da Nvidia. GTX 1070 TI. Ja, Digga, mit der geht es. Du darfst nix falsch machen. Du darfst nix falsch machen. Du musst halt nur das befolgen, was der sagt. Ich kleb die dort alle. Benni, hast du gehört? Du hast halt fast gar kein Edit-Lang mehr. Was ist? Benni, hast du gehört? Du darfst keinen Fehler machen, sonst hast du 30 FPS. Hat der gesagt. 30? Ja. Deswegen, du musst aufpassen. Mach das genauso wie ihr. Ich wusste so, dass das geil ist, weil keiner sitzt so auch nicht wie er. Nein, hör mal auf, Benni, das ist scheiße. Das kann... Jo, Digga, wo kam der? Ja, ja, ja. Du musst halt überlegen. Digi. Oh mein Gott, es ist geil, warum schützt? Digi, das haben... Digi, das hat... Digi, das ist der Nesky, die Mann. Der hatte 1000 FPS. Ja, ja. Der hat 1000 FPS. Ja, aber wenn er einen Keller macht... Ja, dann, du musst nicht sandwichen. Ja. Ich hab nur 144 eingestellt, warum soll ich denn mit 1000 spielen wollen? Ernst? Was bringt bitte 1000 FPS, wenn du... Ich spiel gerade... 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 Ich möchte gerade den Kill haben. Ja. Ich spiel gerade... Ich spiel gerade manchmal mit 340 FPS. Das ist das denn auch... Wenn die 100 FPS mehr haben... Digga, was bringt die mir denn mit... Mit 400 FPS zu spielen und mit 500? Warte, ich werd angerufen. Pack mal nicht. Ey, warte. Ey, use mal meine Fische hier. Töte mich mal ganz kurz. Ey, bau, box dich mal zu uns ein. Ich spiel doch. Ja, Digga! Ich schwör auch nicht, dass ich einen Hass gehen gewesen, als ich den hatte. Ich hasse auch nicht. Ich hab eher Schüß da geschossen. Ich hab auch nicht geschossen. Ich hab eher Schüß da geschossen. Entschuldigung. Ich hab mir so einen desktop. Ich hab nicht gehört. Entschuldigung... Guck mal nach Gant oben da, Gant. Wer... Wer macht denn jede Runde des Bleibes? Der gar nicht, ist der! Nein, ey Junge! Werste eigentlich eigentlich gerade runter. Was ist euer Problem? Der war alles gut, der ist da. Nein, ey Junge! was aber wir wollen uns klar nennen wir könnten nehmen von nikki da ist 22 22 es gibt noch andere klaren die heißen so gibt ein fordner ich kann nicht auf die spitze mein gott ich kann von zwei leuten ich gebe gerade ich hab auch nur 30 er ist so ein kleiner linex alter wo ein kleiner linex guckt ihr euch mit jetzt ok jungs johm ich bin wieder da ich klemm euch alle kaputt ja ich bin dumm wie gut kontrol kontrol ein kraftespies nein hast du gar nicht ich hab das es nicht ich hab die karte nicht nein mach auf du scheinbar autistisches ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin das Video, was ich in die Worte in Doppel geschickt habe, ist ein Ex, wenn ich ihn gelacht habe. Oh, du schickst du noch! Hey, Ilias hat über drei Namen geschickt. Ja, über drei Namen geschickt. Was ist da? Äh, ich kann, ich hab nicht gehört. Hat mit Ilias geredet. Also, der Freund will in die Doppel lang. Ich hätt auch noch einen, aber ich find den letzten gut. Dann hier's. Ich find den gut. In welchen spiel ich denn gegen welche Person? Ah, gg. Ich hab heute echt nicht so einen Aim. Oder wir nennen uns Warte. So nennen wir uns. Leute, das ist eigentlich neu in den Abdeck. Ich bin gekommen nur, dass Travis Scott ist heute. Ja, Travis Scott ist echt ein Scheiß-Gin. Dinger, ich hab dafür 1,7 GB runtergeladen. Für was? Für dieses fucking Update heute. 1,7 GB. Ja, komm. Ah, quasi. Ja, komm weiter. Was? Dass ich den 30 HP gegeben hab. Wart du's denn? Nein, was? Nein, was? Wer zu Auto-Ain? Wer zu Auto-Ain? Oh, ich natürlich. Wer hat sonst? Alter, Sky, du hast mir gerade 200 RP einfach weggelegt. Oh, was? 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 Ich hab dir so, ich hab dir so viel Leben auch mit so einem Klassen. Ich spiel' ich jetzt alle mit, es ging's geil oder was? Er hatte 15 RP. Oh, Mann. Wenn doch kein... Er netten so nicht. So nicht. Aber Sky haben wir rausgeworfen. Ja, natürlich. Ich hätte ich mal, ich hab's jetzt auch. Ich hab's jetzt auch. Der Hauptverdys. In die Schiele, oder? Ich hab das früher aber benutzt. Ich hab's früher auch so geused. Ich hab's früher. Ich hab's früher. Ich hab's früher. Ich hab's früher. Wie heißt du aufs Ding? Weiß ich nicht. Jetzt noch mal ein Mal. Jungs, so mach ich heute. Soll ich einen Discord machen? Ja, mach so viel. Wie ich so einen klaren sein. Und das sind so kleine. Ja, mach so einen Discord. Dann mach halt 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 einen Discord. Ja, ich weiß, okay. Ja, ich weiß, okay. Was ich mir einfach brauche. Welchen Namen, Eli? Aber da brauchen wir erstmal noch ein Bild. Ich kann keine stellen. Ehh. 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 Trans Big나�ade. 醉 Ade. An dername. Ehh. Nein, QT ist nur QT. Hä, QT? Ja, QT, wenn man so aussieht. Äh, nee, QT heißt es dann. Aber QT ist ja voll gay, so. Wenn er den dritten Arme im Nervo ist? Digga, warum hältst du das für deinen Foto-Porten? Wir alle können es doch wissen. Oh, ich kann ihn nicht aussprechen, das ist ein komischer Name. Dann habe ich von Benty gekommen, den Name. Die dreien haben euch alle von Benty gekannt. ich will kein lieber sein ich habe mich nicht die Fischi zu nennen Luka Schreiber in den Chat, eh wie eh wie er, ob du anführend sein willst Elie Elie Elie, 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 du nimmst nicht Elie Fischi, ich, Nick Kral Wär witzig, oder? Ja schon, aber nein Oder andersrum Elie, Elie, Kral und Niki Luka hat gesagt, er würde gerne Lieder sein, aber er wird auch irgendwie kompetent ein wenig Oh, das kannst du auch machen Aber, nach allem, diese Oh, du sagst, komm Ich werd so nicht mehr hohe Teams lassen Mich ich trau mir jeden tag an academy na Junge du wirst wenn es safe ich hab äh Administrator Kaffee ich hab so 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 das ist mein easy heftes Spieß also heftes Spieß ja das ist ja vielleicht hättest du hey ich hab alle meine Spiele irgendeine Gruppeneinladung true, safe ich denke, er ist so da na äh Jungs die haben gehört dir sagen ja ich hab nichts von ich glaub ihn sogar noch oh mein Gott ja ich hab mal ein Dinger ich war grad zum Stryker weil ich mir die ersten 200 Tage gegeben hab ok froh, dann mach ich nachher nen Discord ja wie soll man nein, was macht man die anderen Fragen ne ich würde ihn warte mal ich hab so nen witzigen also kein witzigen ich nenne ihn entweder so IQ mach so mit zwei Buchstaben so V2 oder so keine Ahnung was das heißt dann soll doch einfach oh nein das will ja auch was für nen Namen haben ne aus dem Clan aber wenn Luba ein Ganglack der würde mich so losch rufen weil ich ich bin weil es mir auch nicht gegönnt hat schon Mainz kommt Junge aber es ist doch nicht nur Luba oder? da war Mainz doch Rocco da Rocco war ich weiß das ich weiß das mir keiner gönnt Mainz sogar was was das war clean was ich gemacht hab was das war clean was ich gemacht hab ey Elias also wenn oh Luka schreibt mir nen Chatze let's go natürlich gönn ich äh gönn ich äh Luka hat geschrieben natürlich gönnt er dir Mainz hä wer hat reingeschrieben? wer hat mit Luka Kontakt? er ist es beim live stream doch gesagt er will Lieder werden ich hab doch gesagt Luca will Lieder werden das hat da jemand ein Chat geschrieben äh er würde gerne aber er würde ich hab ich keine Ahnung Leute Leute ja der erste was du machst dann ey Jungs eigentlich muss er Felix für die Twitch ich weiß für Twitch äh hast du schon mal Niki geh mal auf warum wurde der Niki gekickt? äh Luka macht jetzt Discox geil du musst nichts aber Luka machen Discox ja okay Jungs oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein ich sag mal Niki soll online gehen jetzt niemand gilt mich niemand gilt mich jetzt niemand gilt mich jetzt perfekt ich wüsste ich äh 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 gönnen wir mal seinen Streaming Setup er hat so ein krankes von wem na der hat auch Handcam und tut es fehl von 10 Seiten gratis oh äh 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 change äh change oder change das geist kann mit der Situation hundertprozentig überfordert jungen ich hab keinen Bock auf das, ich hab schon mal klagen das war viel einfacher und da ist halt nicht groß groß geworden doch mit holen wir erst schon groß geworden aber also wenn wir machen der kohle das jetzt er warum denn ich mich aus der ja und hat noch bestimmte also ich kann auf youtube oder auf twitch kann ich mich dafür sorgen weil ich es ist also nicht mehr so als ich mache nebenbei auf youtube macht felix wer macht einfach gar nicht ich kann mich halt direkt zu nennen als schenzen 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 danke kein problem so was ich dachte ist ich weiß also wenn machen dann wieder dann ist es 1000 prozent ich habe ja den pc und kommt nicht alle, jede wall, Dinger ja, es ist jetzt klar, dass wir Dinger spielen, oder nicht? also, dass wir den Kennen machen, oder nicht? Leute, aber ich, wegen PS4 und so kann ich, äh, kann ich wegen meinem PS4, kann ich, äh, nur Dinger muss ich halt meinen, meinen YouTube-Kanal zum Clan-Kanal machen ja, mach doch so, du musst du nicht eigentlich mach doch mal unseren anderen YouTube-Kanal nein, es geht nicht, weil mein Dinger, äh, mein Account, also mein PS4-Account ist mit meinen Dinger verknüpft und ich kann sie ja direkt machen ach, das ist geil, der erkennt sich ja richtig mit deinem YouTube-Account, ja? ja dann mach einfach einen anderen Handy-Account für dich genau, was ich noch nicht gemittnt habe hinter dir, Elias O, Elias, wo bist du? ab, dann muss abstoben, dann muss abstoben äh, entschauen, gerne doch, wow ich fall gerade drunter wow, Benny, was los mit dir is geil was ist geil? is geil also, Nicky hat gesagt, er würde gerne den Trippark für den Flüttel und er hat gesagt, er würde sogar als live gehen auch also er geht mal live dann kannst du mir das ein setup er reinziehen ja wohl das ist ja nie das ist ja nirgendwie um ich sollte man nur schauen ob es wirklich es hätte vom feinsten dann soll auch nicht mal läuft ja ich kann nicht ich lade in einer wettung wenn jemand ich habe keine werte mehr ich auch Ja, Mats, tancht euch schon mal hier unten aus. Ja, ja, ja. Komm, nein, wir sind nicht schlecht. Also, ich schreib dir mal auf WhatsApp. Ich hab, ich hab... Luke hat geschrieben, äh, T-E-W wäre mein Vorschlag. Also T-E-W, sein Clan-Name. Ja, ja. Ey, Sky kommt... Sky kommt... Wenn die Clan ist der Beste. Nein, ist er nicht. Bro, halt's. Wenn die Clan ist der Beste. Bro, wenn die von meinem Cousin den Namen schauen, wo ich den Dorkse, du da. Safe Beste, du da. So, ich hab noch meinen Cousin nur mit ein wenig, ähm... Das ist echt traurig, dass ich einfach den Namen hab. Oh mein Gott, ich hab alle Leute mit der... Sky, jetzt geh mal rein. Wie heißt er? Wie heißt er? Niki irgendwas noch da mit Y. Ich hab, ich vergesse es immer. Ich muss den Namen haben. Wollte ich dir doch mal gucken, wie Niki sein Setup hat. Der hat so ein Setup für Streaming. Da bringt uns doch mal... Also, no friend. Niki aber, er ist schon verwöhnt und es gibt er auch selber zu. Ähm, deswegen, da kann man mal wirklich auch... Ey, die heißen der... Niki... Warte, ich geh gleich in den Stream und sag's euch. Ja, dann mach jetzt. Ja, dann rein. Ja, ich falte ja. Hey, 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 hey. Hab schon gesehen. Hey. Oh mein, Pumsch ist nicht. Oh mein, Pumsch ist nicht. Hey, ist der Pumsch ist nicht weg. Ja. Guck, ich hab's nicht weg. Oh, Pumsch ist nicht weg. Oh, Pumsch ist nicht weg. Oh, Pumsch ist nicht weg. Luka! Ja? Niki! Äh, warte mal... Niki! Ich sag ja... Äh, äh, schieß die Rot... äh, äh, schieß die Elisa. Gänsel fake mich an, weil ich... N-I? Ey, Luka, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Äh, äh, Luka hat nen Namen. Äh, ist geil, kann man mal in den Stream und schreib in Luka so lange. Oder geh auf WhatsApp und schreib in Luka. N-I-K-A? N-I-K-K? Achso, ja. I-I? Ich bin gerade bei Liki im Stream vor. Ich kann nichts anderes machen. Ich schieße dich nicht in der... Ja, okay, der ist ein krasses... Ja, das ist echt ein krasses... Ja, das ist echt ein krasses... Ja, das ist echt ein krasses... Na, dann mach ich die Ding zum... Ding da. Hapo, ich kann auch gut Werbung machen, weil ich hab mehr vorne wollte. Ähm, oder wie viel hat er gerade? Weiß ich nicht. Ja, aber das... Ja, hier könnt ihr beide so machen. Wait, er hat... Warte, warte, warte... Aber meinst du krass... Ja, ich hab... Nein. Ich hab mehr... Ja, aber ich meine, nee, nicht deswegen, sondern einfach das Gesamtbild. Die Grafik, er hat keine Legs dadurch. Ich finde einfach, alles sieht richtig sicko-Mode aus. Also, ne, das wäre jetzt auch nicht unbedingt die Sendung. Okay, also Handcam... Okay, also Handcam... Ja, so Handcam... Ja, so Handcam könnte ich... Ja, hab ich auch. Also so ein Ding... Wait, kurz. Nee, also ich bin schon bei... Nee, die kommt am besten aus. Ich bin auch mit dieser Autos. Ähm, äh, ich bin einer mit Luca. Weil er ist mal im Stream und er hat... Er hat einen Klarnamen, den ich so ganz gut finde. Tui, aufgeschrieben, TEW. Finde ich... Finde ich nice. Ich kann Niki nicht einladen. Also, ich lade... Ich lade immer auch meine Niki ein. Oh mein Gott... Oh mein Gott... Ich soll mal bei Niki in die Gruppe kommen. Er gibt mir noch einen Pickaxe! Ich geh mal bei Niki rein. Hier muss ein Sky auf einmal Ja nicht wie das geht Ich bin leise Sky Kannst du mit deinem Aim-Bot gehen? Bindi, das war so unnötig, dass du mich gekickt hast Hä? Du hast diese überkrassen ekligen Köfte-Sound angemacht Dann hast du mich noch geält, das war auch unnötig Und Jungs, wir müssen dann eine Team-Montage machen, wie wir das So eine Exotic Team-Montage Exotic Team-Montage Perfekt, Exotic Team-Montage Aber ich meine so eine Team-Montage, um unsere Clan-Post-Schätzung Verrichtig sick-Montage Ich hätte auch nichts dagegen Ich hätte was dagegen Ich hätte was dagegen Wie schreibt man Luca? Einfach alles Einfach alles Was ist das? L-U-K-A 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 Lass einfach mal nachher in der Fortnitik-Gruppe alle in meinen Gruppen-Call machen Ja, das meine ich auch, Alter Ich bin drin Ach so, wer ist denn jetzt der Eigensau mit dem Bild, wo Luca glaube ich drauf ist? Das ist Luca, oder? Das ist in der Gruppe, oder? In der Fortnitik-Gruppe Du bist gar nicht, glaube ich gar nicht, wo ich nach vorne bin Ich habe ihn gerade reingenommen Die neuer Clan-Gruppe Ach so, aber Luca ist nicht drin, oder? Ja, doch L-U-K-A Wer bist du dann? Das unterste Profilbild ist, also Ach so, nein, in der neuen Gruppe ist er, also in der neuen Clan Also in der neuen Clan-Gruppe ist er noch nicht drin auf Wurze Ist Luca da noch nicht drin? Ja, ich auch nicht Doch, Luca ist da drin Luca ist da drin Einzel-Lukas-Game Ja, Felix Okay Nein, nein, der neue Clan Gott ist... Quasi Es ist geil, warum hast du geschrieben? Luca Jungs, und ich muss Luca inladen Es ist geil, scandale Ich geh nicht! Es ist geil, es ist geil Hätt wohl der Clan Preisen Nein, der meinte Nein, der meinte Zweite TeW 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 Ich habe gar keinen bock mehr auf clan aber jetzt habe ich so richtig bock auf und klar der ist halt on fire weil du deine eigene organisation aufbohrst Leute an alle die mir noch nicht auf Twitch folgen Ja zu machen Bei mir auf Youtube Heißt das Nicky in? Also TEW Luka TEW oder TEW Jungs Jungs Lasst aber nicht TEW nennen Also lasst das nicht nennen Aber lasst dann welche unseren Namen ändern Zum Beispiel Sky takes every wall Pretty nice Aber du kannst nicht so lange Namen haben glaube ich Doch Du kannst halt nicht Benny Ball schreiben Ich schreib halt dann Boogie takes every wall Oder Luka takes every wall Oder so Aber kann man so ein Luka takes every wall Ich glaube das ist zu lang Nein das geht Jungs das geht safe Oder wir machen halt dann TEW Aber ich heiß eh Boogies GmbH Ich weiß nicht schon Ich weiß nicht wie ich ihn nennen Ich hab kein bock auf mein Name Elias Ich heiße es wavy Ich heiße es wavy Ich heiße es wavy Könntest du einen neuen Server erstellen Ja so ein Discord Ja Mach ich gleich wavy Ey und Luka schau mal bei Niki im Stream vorbei Er wird dann fürs Twitch verantwortlich sein Wir müssen Hört mal zu Ihr macht schon alle so einnahmlich für YouTube verantwortlich Digga Alle können doch alles man Benni Ja Ja natürlich Wie kann ich Achso lol Mega Null Ähm Wem echt meinst du den Den aber trotzdem schau mal aber es wäre dafür dass halt schau mal schau mal aber trotzdem muss wir kümmern euch schon darum wer dann streamen werden wir müssen erst mal das ist doch überhaupt erst ein discord aufbauen struktur ist ganz geil so wie es auch nicht gut das macht dann sky die aufteilung kommt dann irgendwann später ich kann morgen zocken das heißt morgen ist der cup und ich weiß wenn wir den cup spielen sollten habe ich nach dem cup bestimmt noch 20 minuten da treffen wir uns in der runde und dann können wir uns da unterhalten oder wir heute abend über whatsapp oder irgendwie so aber wir machen auf jeden fall erst mal discord und alles weiter ja discord mach ich euch jetzt wer macht denn discord? wir discord sind euch das mache ich geil aber ich kann auch nicht mehr helfen auf discord gell wow guck mal den von exotica den habe ich gemacht der ist auch nice aber bitte noch eine sache sky die hat mich richtig getriggert macht bitte die creative games suche und so ein bisschen weiter nach oben weil manche ich das kann man gar nicht verstehen dass es im creative games suche gibt die ganze post kann ich noch nicht einstehen hast du aber hast du auch hast du auch die ganze montage kannst du das nicht wow ich kann nur einstellen ich kann nur ränge halt so kannst du aber sagen welch gott wir haben ich kenne einen freund der kann uns einstellen ich kenne einen der ist da ganz gut drin ich habe einen freund drin der ist ganz gut und bomb sein ich kann es auch ach so du kannst was einstellen ich habe ich habe ja bossen ich wäre haha ich habe skype it so richtig ich mache jetzt schade auf jeden fall nicht ich mache jetzt schade auf jeden fall nicht academy ja so ich bin kein academy während wir so die also wenn wir die gleichen sachen haben wie in aber lass ja main wollen wir echt main elite und so beschreiben auch profession und ja nicht also erkennen wir sie machen wir machen ich finde nämlich ich finde ich bin aus dem main machen und main weil er main hat sich also elite ich finde elite hat sich besser viel besser als am main oder leider der luka ist der server stellt er ist der owner niemand also ich kann nicht vergeben wir brauchen auch noch ein gutes profilbild wie bei exotik also wir bräuchten jemand der auch nicht regeln also ich könnte das mit dem profilbild kann ich regeln ich habe einen kumpel der macht mit ist und der absolut macht es macht es aber auch noch ein weil wir hatten immer in der markt der großvater in den klaren kam zum beispiel academy oder dinger dann hat der namen mit seinem namen der frau kommt ja ich kann es nicht regel das also weil ja das macht dann Wir können das hier dann alles regeln. Ja, aber Luca werden erst in Fotos geschickt. Lass uns mal an die Arbeit in der Nähe. Wir müssen doch jetzt erstmal... Hallo, wir müssen einfach einen Discord machen jetzt. Ich weiß, Sky ist halt derjenige, der am meisten Erfahrungen drin hat. Und deswegen... Ich weiß, Sky, du hast in der letzten Zeit gar keinen Bock auf Co-Leader gehabt. Genau so ist es. Aber du bist halt derjenige, der am meisten Erfahrungen hat. Und ich hab halt jetzt demnächst Prüfungen. Und ich muss jetzt bis zu den Prüfungen, bin ich wahrscheinlich der inaktivste von allen. Und nach den Prüfungen kann ich dann reinschwitzen. Aber jetzt so vor den Prüfungen wäre es besser, wenn jemand, der Co-Leader ist, halt die ganze Rechte auf dir braucht. Und bis dann... Sag Mann, Alter, ich hab mich hingeschaut und... Ach Mann. Ey, die kommen auf den... Ach so, du bist schon auf dem Discord. Bin ich schon. Ich war der Zweite, der draufgekommen ist. Ich war erst doch. Volle... Wir haben jetzt Bock gefahren. Wir hoffen, du hast Pizza mitgebracht. Ist gerade auf den Server geschnittert. Nennen wir den Kahn und T-E-W. 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 T-E-W-W. 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 T-E-W-W-W. T-E-W. T-E-W-W-W. T-E-W-W-W-W. Echt места und T-E-W-W. das war das war das war holi die kleine geht es das ist ja schon krasse spieler der also ich würde da wirklich das ja niemals mdbc die sind alle professionen die diesen main 9 gbc ist ja nicht mehr echt ja aber ist noch in venti ist noch ja ich und nicht als seine klaren stimmen machen ich muss dann elie dabei sein weil ich will nicht auf meinem account zocken alles klar und viel geiler ist ja passt doch ich habe ich nicht auf den der grau und hier auch custom ja nicht er ist eigentlich meiner ist hat ja auch custom es kann auch machen ich hasse und meine leute aber doch sein ja okay es ist ein account auf dem er spielt ja wir sagen einfach ist seiner und stinger von nikki meine also das ist so nicht aber wir sagen es einfach damit sich auch besser und also als aufs kinder kommt hat der custom games aber kriegen noch einfach ist so und ich habe auf meinem account also den von habe ich ein trade kommt aber auf dem von der ist gleich kein kräuter kommt aber kann man die kräuter kommt um benennen weil der kräuter kommt ist kräftig und wenn wir ein klar aber machen wollen dann ist alles ich habe darauf keinen bock aber kann ich sagen ich wirklich benny luca und rocke und geil ich habe keinen bock auf 3 jeder kommt jeder von der vorwärts frei auf ihr seid ja alle und die mitgründer klar wir können halt nicht jeden den co-owner oder so hier sind die ich vertraue ich weiß ja jeder von euch gut der und leute leute möchte jeder der wenn jemand trägt dann folge ich habe der zeit hat und dann sagt dem der wir können alles was nicht so wir können einfach alle drei auf aber wir lassen auch geben kein irgendwie modrechte oder treuze ich würde sagen sollte ich würde sagen alle die jetzt hier in den klaren mit kommen und ich würde auch sagen alle die jetzt hier in den klaren mit die dürfen werden entweder ohne oder administratoren nein nein dann haben wir nicht so was wie gestern ich glaube ich glaube ich habe noch nie einer stellt außerdem wo ich glaube ich habe noch nie einer stellt außer tbs aber naja naja ich habe schon mal gemacht leute wisst ihr wie wir auch noch ein paar spieler dazu bekommen wir müssen einer von uns macht man hat vielleicht zwei ich kann das auch machen es gibt so eine klaren bewerbung quasi dein klaren vorstellt und dann könnte ich ja anscheiden und dann können die ja dann können diese klaren verwehr ich kann nicht bauen so wie kann ich jetzt geil retten und ist es denn sky wie wurde eigentlich euer discord so groß wie wurde dir so bekannt durch einen youtuber der hat auch ein video gemacht und einer hat ein tiktok gemacht jungs ihr seid alle nur in exotik wegen mir weil ich nach einem klaren gesucht habe und mich dann holy angeschrieben hat das ja nicht aufwechslung geworden ist und dass er wenn ich will ja ja ich weiß noch nicht wie du ihn gehst aber es war auf youtube ich kannte ja ich habe ein gott mit ich habe ein youtube video angeschaut weil ich dann oder sind sogar noch meine schwester macht ein skype turnen also die skype und weil sie im turntraining ist voll zusammen das ist das ergibt sich erst alles nicht wir machen erst du musst einen rang machen und dann musst du halt alle rechte geben und dann lass mich mal kurz bitte weil ich muss was immer ich weiß nicht wie das funktioniert und also ww sport du gehst auf 1 ja dann lass doch warum lasst mich jetzt mal das geist machen ich habe das gefühl dass ich sogar rechte habe jungs warum ich glaube ich habe ich nicht mehr die kompletten rechte lasse zu luka luka und die mann kurz auf einstellung und dann geht's mit und da oder wenn ich das ist mal im frisch von sich holt Gutes zu 1, oder? Vielleicht 1 AP oder sogar. Ich konnte wirklich gar nicht mehr laufen. Jetzt gehst du auf Sky und darfst du irgendwie die Erstellerrechte oder so. Das heißt, kannst du ihm geben. Was? Ich lebe da, der Wall! Ich bin drunter! Du bist zu lange, Alter. Wollen wir den Block haben? Wollen wir den Block haben, dass du nichts von mir bekommst? Nee, nee, nicht New Royals, gibt es auch die 3 Punkte, glaube ich? Hä? Oh, Bennie! Bin ja verlassen, warum? ich kann probieren ob ich reinge habe habe ich warte ich kann sogar oder einmal kurz ein einstellungen junge ich habe recht alles gut dann tun wir alles einstellen was ich bin was du willst du bist du gerade auf das handy und dann hat mich schon gefragt hinter dir waren mein account gehen dazu dann gehst du auf benutzer verwalten und dann gehst du auf mich mein gott wie man gehst du da auf erledigt du musst aber cool die da alle ränge geben wie habe ich das verwalten und muss dann warte du musst dazu wenn du auf mich gegangen und dann ja es muss aber dann muss cool hier noch alle ränge geben ok ich glaube ja ich habe recht ich habe mit wieder klicken noch hier waren alle rechte auf jeder plattform würde die nummer so krass die xbox auch in ihr konzipiert ja jetzt müsst du alle rechte haben dann mache ich gleich noch was soll ich ich bin ein stream würde ich sagen Lang.